hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute haben wir den siebten zwölften hier haben wir den siebten so dass man es auch sieht so also wir haben jetzt schon leipzig wir haben augsburg wir haben schalke wir haben hoffenheim und wir haben hier unten freiburg wie ihr seht und ich bin mal gespannt was wir heute haben und am sechsten waren ja natürlich hier so also gestern waren hier diese lächerlichen sticker drin und das auf nikolaus ich denke mal wir öffnen mal türchen nummer sieben so wie ich es sehe ist es werder bremen das ist grün kennt aber auch wolfsburg sein oder hannover 96 kann es auch sein gibt ja drei vereine mit grün oder gibt es noch mehr ich weiß gar nicht mehr also ich weiß dass wolfsburg bremen und ja hier hannover 96 und du fall mir hier nicht rein also es wird ich habe immer weniger platz hier also ich muss bald den kalender auf den aufs seite legen und dann die teile dann hier vom tisch nehmen so erst mal alles so dass ich die zahlen sehe hier haben wir die schon mal die nummer eins sind hier mit die nummer zwei zack und zack hier mit die nummer drei und wo sie noch mal viel die nummer vier hallo hallo ist die vierzehn die fünf haben die nummer vier so ersten vier teile wie immer zusammen und jetzt kommt der zeitraffer so 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 da haben wir tisch nummer sieben hannover 96 puzzelball auf platz nummer sieben hannover 96 puzzelball auf platz nummer zehn auf platz nummer zehn wie ihr seht ja also ich kann sie im moment geht das viel schneller jetzt als beim ersten ball das war ja ja so so tisch nummer sieben hannover 96 puzzelball auf platz nummer zehn so morgen kommt nummer elf vielleicht seht ihr es schon ach quatsch nummer elf was sag ich denn tisch nummer acht meine ich und das haben wir hier kommt morgen und dann bis ja bis morgen tschüss bis 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 Vielen Dank.